Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und liebe Community, herzlich willkommen zu diesem Video mit den Monatshoroskopen für die 12 Sternzeichen im Januar 2020. Die Timecodes, wann euer Sternzeichen dran ist, setze ich unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr direkt dahin klicken. Aber vorher wollte ich euch noch schnell sagen, dass es noch zwei super wichtige Videos zur Zeitqualität gibt, denn wir haben ja einige astrologische Großereignisse, mit denen sich eine neue Ära ankündigt. In dem einen Video geht es um die Saturn-Pluto-Konjunktion im Steinbock als Zeichen der Zeitenwende. Und in dem anderen Video mit dem Mondzyklus schauen wir uns den Neumond der Zeitenwende an, der zugleich eine Sonnenfinsternis ist. Diese Videos solltet ihr euch ergänzend zu euren persönlichen Tendenzen noch anschauen und außerdem erscheint auch demnächst noch die kosmische Schwingung mit den Konstellationen des Monats im Januar. Gleich fangen wir an mit den 12 Videos für jedes Sternzeichen. Bedenkt dabei bitte, dass es sich nur um kosmische Tendenzen für die Sternzeichen handelt. Wenn ihr euch da drin nicht wiederfindet, dann empfangen wahrscheinlich noch andere wichtige Planeten oder Faktoren in eurem Horoskop die aktuellen kosmischen Einflüsse. Wenn ihr ein persönliches Anliegen habt, könnt ihr entweder eine Beratung bei mir buchen oder auch eins meiner neuen PDF-Horoskope. Da erfahrt ihr auch mehr Details über die Planetenkräfte, die aktuell bei euch wirksam sind. Alle Infos über mein gesamtes Horoskop-Angebot findet ihr auf meiner Homepage und die verlinke ich hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Auch diesen Monat gibt es wieder eine Verlosung. Mehr darüber erfahrt ihr im Serviceteil am Ende des Videos und den Timecode, der euch dorthin führt, setze ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Jetzt starten wir mit dem ersten Monatshoroskop 2020 und wir beginnen mit den Wiedergeborenen. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Ihr erwischt einen guten Start ins neue Jahr, denn gleich am 3. Januar geht der Mars in den Schützen und versorgt euch dann für den ganzen Monat mit einer extra Portion Energie. Die ersten zwei Wochen sind dank der Venus im Wassermann auch für die Liebe sehr erfreulich, ebenso für eure Freundschaften. Sportliche Widder, die im Januar Skiurlaub machen, werden eine super schöne Zeit haben. Generell empfehlen euch die Sterne gleich zu Beginn des Monats ein bisschen Sport zu treiben. Damit könnt ihr euch echt was Gutes tun. Bei euch fällt die Saturn-Pluto-Konjunktion ins Karrierehaus, wo auch Jupiter steht. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihr beruflich stark gefordert seid, beziehungsweise danach strebt, ein persönliches Ziel zu erreichen. Wenn ihr im April Geburtstag habt, profitiert ihr jetzt im Januar von dem Einfluss von Jupiter. Er zeigt wohlwollende Vorgesetzte, angenehme Geschäftspartner oder größere Aufträge an, die euch voranbringen. Auch die Geburtstagskinder der zweiten Dekade bekommen durch die Sonne einen karrierefördernden Einfluss. Wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, spürt ihr den Einfluss der Saturn-Pluto-Konjunktion am stärksten. Sie zeigt an, dass mächtige Erfolge möglich sind, aber um den Preis großer Anstrengung. Dabei braucht ihr Geduld, denn die Planeten im Steinbock erzählen davon, dass Erfolge nicht ad hoc erreicht werden, sondern sorgfältig geplant werden müssen und sich langsam aber stetig entwickeln. Ihr müsst also am Ball bleiben und das gilt jetzt nicht nur für den Januar, sondern für das ganze Jahr. Wenn es nicht so gut läuft, kann die Konstellation für euch auch anstrengende Machtkämpfe anzeigen, bei denen ihr einen langen Atem braucht. Möglich auch, dass sich Behördengänge als schwierig erweisen, weil man euch viele Hürden in den Weg legt und stur auf die Einhaltung der Regeln pocht. Das alles kann sich zu Vollmond am 10. Januar zuspitzen. Ihr solltet dann auf jeden Fall darauf verzichten, angriffslustig oder emotional vorzugehen und euch strikt an sachliche Argumente halten. Die Venus im Wassermann kann euch dabei noch bis zum 13. Januar helfen, eure guten Beziehungen spielen zu lassen. Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt und so weiter, solltet ihr das auf jeden Fall nutzen. In der zweiten Monatshälfte zieht sich die Venus in die Fische zurück. Das ist bei euch das zwölfte Haus und sie ist dann ein bisschen versteckt und braucht ihre Ruhe. Das heißt, dass ihr vielleicht auch in der Liebe, lieber in der Stille und Zurückgezogenheit genießt und einfach öfter mal Kuscheleinheiten in eurem Zuhause braucht, um wieder aufzutanken. Ganz wichtig ist, dass ihr den Stress und den Druck, den ihr vielleicht erfahrt, nicht an euren lieben Zuhause auslasst. Weil der Mars weiterhin günstig für euch steht, bietet es sich an, dass ihr eventuellen Ärger oder Aggressionen beim Sport abreagiert. Ihr solltet euch auf jeden Fall viel bewegen, möglichst draußen an der frischen Luft. Auch eine kurze Reise könnte euch auf andere Gedanken bringen. Ab dem 16. steht der Merkur für euch bis zum Monatsende günstig im Wassermann. Das bringt gedanklich positive Impulse und ihr könnt dann auch gut mit wichtigen Menschen über die Zukunft reden. Die Sonne geht am 20. Januar in den Wassermann und dort findet auch der Neumond vom 24. Januar statt. Da bietet es sich an, dass ihr überlegt, wie ihr in Zukunft mit euren Freundschaften und eurem beruflichen Netzwerk umgehen wollt. Denkt doch mal ganz gezielt darüber nach, wer euch wie unterstützen könnte und was ihr umgekehrt dieser Person anbieten könntet, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Ihr habt nämlich einiges zu bieten. Und weil ihr auf der Erfolgsspur seid und sich für euch sehr viel bewegen kann in diesem Jahr, weil es aber gleichzeitig auch sehr anstrengend wird, werdet ihr Mitstreiter und Verbündete brauchen. Und da kann sich schon bis zum Vollmond im Februar etwas Gutes Neues ergeben. Am 27. Januar wandert die Lilith in euer Zeichen, wo sie sich dann gleich darauf mit Chiron trifft. Das ist ein spannender Aspekt für die Märzwidder und darüber erfahrt ihr mehr im nächsten Horoskop-Video. Hallo, ihr starken Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Ihr habt's gut, denn das Steinbock-Stellium mit Jupiter, Saturn und Pluto steht günstig zu eurer Sonne. Ihr solltet also mit der Umsetzung eurer Pläne gut vorankommen. Für das Stier-Kollektiv stehen die Steinbock-Planeten im neunten Haus der Pläne, Reisen, Bildung und der persönlichen Philosophie. Insofern ist es besonders für diejenigen unter euch günstig, die in Lehrberufen arbeiten oder als Coaches unterwegs sind oder beruflich viel reisen. Es kann übrigens durchaus sein, dass ihr findet, dass es nicht schnell genug vorangeht mit dem Erfolg. Dann tröstet euch damit, dass alles, was ihr jetzt auf den Weg bringt bzw. woran ihr bereits arbeitet, nachhaltig und langfristig zu guten Ergebnissen führen wird. Ihr müsst nur daran glauben und stetig daran weiterarbeiten. Und ihr dürft euch nicht in Frage stellen. Das gilt im besonderen Maße, wenn ihr in der dritten Dekade eures Zeichens Geburtstag habt, denn dann steht ihr direkt unter dem Einfluss der Saturn-Pluto-Konjunktion. Wenn ihr im April Geburtstag habt, seid ihr tendenziell ungeduldiger, denn ihr empfangt die Energie von Uranus, der bei euch ja im Zeichen steht. Und es kann für euch tatsächlich auch diesen Monat große Entwicklungssprünge geben. Aber auch die übrigen Geburtstagskinder empfangen starke Businessimpulse, weil auch Sonne und Merkur durch den Steinbock laufen. Insofern wird es für alle Stiergeborenen ein sehr produktiver Monat, wenn ihr das wollt. Sogar der Vollmond am 10. Januar steht günstig und kann ein Schlaglicht auf eure Pläne und Ziele werfen. Falls ihr euch entschieden habt, diese Energie nicht in Arbeit umzusetzen, sondern lieber Urlaub zu machen, stehen auch die Reisesterne sehr gut. Tatsächlich empfiehlt sich mit diesen ganzen Steinbockplaneten ein Skiurlaub in den Bergen. Dann könnt ihr die Klarheit und Höhe dieser Umgebung benutzen, um euch für eure Pläne inspirieren zu lassen. Für die Liebe wird die zweite Monatshälfte zunehmend interessant. Ab dem 13. Januar wandert nämlich die Venus durch die Fische, wo sie sehr schöne Romantikaspekte mit Neptun bildet und günstig zu euch steht. Dann gibt es bis Monatsende viele prickelnde Gelegenheiten für die Singles unter euch zum Flirten und auch zum Freunde kennenlernen. Wenn ihr liiert seid, achtet in der zweiten Monatshälfte ein bisschen drauf, dass ihr euch ganz klar zu eurem Partner stellt, sonst könnte es zu Eifersüchteleien kommen, wenn euch jemand anders schöne Augen macht. Das kann nämlich durchaus passieren. Ihr habt eine sehr attraktive Ausstrahlung. Beruflich entwickelt sich der Monat weiterhin stark. Am 16. geht der Merkur in den Wassermann und am 20. dann die Sonne. Das ist für das Stierkollektiv das zehnte Haus der Karriere und deswegen mit reichlich Gelegenheiten verbunden, euch durch gute Leistungen hervorzutun. Allerdings gibt es zwischen dem 16. und dem 19. sowie zwischen dem 20. und 25. Januar einige Unruhe mit Uranus. Vielleicht reagiert ihr dann ungewöhnlich spontan oder sprunghaft und das führt zu Irritationen. Vielleicht ergibt sich auch eine spontane berufliche Gelegenheit, die ihr mutig ergreifen wollt, aber dann werden Pläne oder Vorhaben wieder geändert. Da solltet ihr vorsichtig sein und eure Entscheidungen gut durchdenken, sonst kann das auch finanzielle Folgen haben. In diese Phase fällt auch der Neumond am 24. Januar im Wassermann, der auch bei euch im Karrierehaus steht. Gut möglich, dass ihr dann über neue berufliche Pläne nachdenkt, die sich vielleicht auch ganz unerwartet ergeben. Achtet aber darauf, dass das alles gut durchdacht ist, vor allem die finanzielle Seite. Die Aspekte deuten darauf hin, dass ihr euch voller Begeisterung mit hilfsbereiten Freunden oder Business-Kontakten in eine neue tolle Sache stürzt, aber dann stellt sich heraus, dass die finanzielle Regelung nicht wirklich geklärt war und das kann Enttäuschungen mit sich bringen. Ab dem 1. Februar stehen die Sterne aber sehr günstig für eine Einigung, mit der alle glücklich sind. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Ascendenten. Für euch sind Partnerschaft und Begegnungen in den Sternen großgeschrieben. Am 3. Januar geht der Mars in den Schützen. Das ist beim Zwillinge-Kollektiv im Partnerhaus. Er bringt dann richtig Bewegung hinein. Für die Singles unter euch zeigt er für die nächsten sechs Wochen ein erhöhtes Potenzial, interessanten und witzigen Verehrern zu begegnen. Gerne nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Allerdings steht der Mars dann auch in Spannung zu eurer Sonne. Deshalb solltet ihr in Diskussionen aufpassen, dass ihr nicht unbedingt Recht haben wollt, sondern dass ihr flexibel bleibt. Auch kann es euch passieren, dass ihr ein Gegenüber als Gegner empfindet, zum Beispiel bei geschäftlichen Verhandlungen. Aber die Venus steht noch bis zum 13. Januar sehr günstig für euch. Das ist vorteilhaft für alle eure Beziehungen, ob neue Flirts oder fest liiert. Wenn es zum Beispiel wichtige Sachen zu besprechen oder zu klären gibt, könntet ihr das in einem kuscheligen Winterurlaub besonders gut mit Erholung verbinden. Wenn ihr zu Hause bleibt, schaut, dass ihr zu zweit etwas Anregendes unternehmt. Am 13. zieht dann die Venus weiter in die Fische und damit für euch ins Karrierehaus. Das ist zunächst günstig für Präsentationen und alle Gelegenheiten, bei denen ihr euch in ein positives Licht setzen wollt. Die Saturn-Pluto-Konjunktion findet beim Zwillinge-Kollektiv im achten Haus statt. Das legt nahe, dass langfristig wirksame finanzielle Entscheidungen anstehen, bei denen auch andere betroffen sind, zum Beispiel euer fester Partner oder andere Menschen, mit denen ihr finanzielle Absprachen habt. Auch Verträge können betroffen sein oder es kann der Fall einer Erbschaft eintreten. Für euch ist besonders wichtig, dass ihr bei allen Verträgen und finanziellen Angelegenheiten auf Korrektheit achtet und eure Dokumente gut zusammenhaltet. Es kann sein, dass ihr in eine Situation kommt, in der ihr eure Position belegen müsst, beispielsweise bei einer Steuerprüfung oder einer gerichtlichen Entscheidung. Das muss jetzt alles nicht schon im Januar passieren, aber der Vollmond am 10. Januar kann da schon ein Schlaglicht drauf werfen, vor allem für diejenigen von euch, die mit ihrem Partner oder auch Ex-Partner finanziell etwas zu regeln haben. Diese Themen begleiten euch durch das ganze Jahr. Ich bin da auch in meinem Jahrbuch ausführlich darauf eingegangen. Wenn ihr euch für Okkultes und Magisches interessiert, sind das spannende Planetenkräfte, um euch bei euren Forschungen und eurer magischen Arbeit zu unterstützen. Am 16. Januar zieht der Merkur aus dem Steinbock weiter in den Wassermann und bildet dann bis zum Monatsende sehr günstige Aspekte für euch, die euch auch bei Verhandlungen und Gesprächen unterstützen. Am 20. geht dann auch die Sonne in den Wassermann. Jedoch haben wir vom 18. bis zum Monatsende einige heikle Aspekte, sodass ihr mit finanziellen Entscheidungen vorsichtig sein solltet. Es kann sich nochmal was ändern oder Menschen, die ihr gar nicht auf dem Schirm habt, müssen plötzlich berücksichtigt werden oder Partner ziehen ihre Zusagen wieder zurück. Wenn möglich, solltet ihr also beim Geld auf Zeit spielen und die Sache möglichst auf Anfang Februar vertagen. Dann sind die Aspekte wesentlich entspannter und übersichtlicher. Am 24. Januar ist der Neumond im Wassermann. Steht für euch sehr günstig und ist ideal zum Pläne machen. Es bietet sich an, dass ihr vor allem darüber nachdenkt, welche Reisen ihr in diesem Jahr vorhabt, ob ihr euch fortbildet oder ob ihr privat schöne Seminare oder Webinare buchen wollt, um etwas dazu zu lernen. Gegebenenfalls solltet ihr auch eure Herzallerliebsten mit einbeziehen. Weil der Neumond ja auf einen Freitag fällt, habt ihr vielleicht am Wochenende Zeit und Lust dazu, gemeinsam über die Zukunft zu reden. Am 27. Januar verlässt die Lilith das Zeichen Fische und beendet damit ihren herausfordernden Aspekt für neun Monate zu eurer Sonne und mehr dazu dann im Februar. Hallo ihr gefühlvollen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Für euch fällt das Steinbock-Stellium ins Partnerhaus und konzentriert dadurch mächtige Kräfte in allen euren partnerschaftlichen Angelegenheiten. Für viele von euch wird es dank Jupiter im Laufe des Jahres ein Happy End geben. Sei es, dass ihr mit eurem Traumpartner endlich zusammenkommt, sei es, dass ihr in eurer bestehenden Partnerschaft große Fortschritte macht oder dass ihr eine tolle neue geschäftliche Partnerschaft eingeht. Im Januar kommen zuerst mal die Juni-Krebse in den Genuss der positiven Impulse von Jupiter und ab dem 13. Januar gesellt sich auch noch die Venus dazu. Beide Planeten verwöhnen euch dann mit schönen Liebesaspekten. Auch die Sonne und der Merkur wandern durch den Steinbock und aktivieren damit beim gesamten Krebskollektiv das Partnerhaus. Der Vollmond am 10. Januar findet bei euch auf der Beziehungsachse statt, dann steht ja der Mond hier im Krebs und verstärkt sämtliche Partner- und Liebestendenzen. Der Mondknoten steht immer noch in eurem Zeichen, das heißt eure Chancen einen echten Seelenpartner zu finden sind erhöht, besonders rund um den Vollmond. Wenn ihr in der dritten Dekade geboren seid, empfangt ihr die Energie der Saturn-Pluto-Konjunktion, die am 12. Januar exakt wird. Das bedeutet, eure Partnerschaften haben langfristig einen großen Einfluss für euer Leben und wenn ihr keinen Partner habt, dann trefft ihr Menschen, die tendenziell einen großen Einfluss auf euch ausüben können. Deshalb ist es für euch besonders wichtig, dass ihr gut durchdachte Entscheidungen trefft, mit wem ihr euch auf was einlassen wollt. Denn mit wem ihr euch nun verbindet, sei es geschäftlich oder privat, das wird euren Lebensweg mitbestimmen. Macht nicht den Fehler, euch nur einzulassen, weil ihr nicht Nein sagen könnt oder weil ihr jemanden nicht enttäuschen wollt oder weil ihr Angst davor habt, allein zu bleiben. Und wenn jemand Druck auf euch ausübt, dann solltet ihr ganz vorsichtig sein. Diese Tendenzen gelten das ganze Jahr über, sind aber im Januar sozusagen konzentriert. Das heißt, es werden sich wahrscheinlich Situationen ergeben, in denen ihr das bereits wahrnehmen könnt. Was ich meine, dieses Gefühl, dass etwas Großes, Unwiderrufliches mit einem bestimmten Menschen passieren kann. Am 13. Januar wandert die Venus in die Fische und bringt liebevolle und sanfte Impulse, sodass ihr euch angstfreier für wichtige Zukunftsentscheidungen öffnen könnt. Für die Solokrebse herrschen dann bis zum Monatsende ganz wunderbare Flirtaspekte mit vielversprechenden Leuten. Davon profitiert vor allem die erste Dekade. Beruflich habt ihr schon gleich zu Jahresbeginn recht viel zu tun, wenn ihr nicht gerade einen Urlaub gebucht habt. Denn der Mars aktiviert beim Krebskollektiv den Bereich des Jobs. Ab dem 18. bilden die Planeten bis zum Monatsende einen etwas heiklen Aspekt für das Finanzielle. Wenn ihr Dienstreisen oder Fortbildungskurse geplant habt, achtet darauf, eure Spesenbelege sorgfältig zu sammeln und korrekt abzurechnen. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann. Das ist beim Krebskollektiv das achte Haus der Verbindlichkeiten. Und dort findet auch der Neumond vom 24. Januar statt. Für euch konzentrieren sich dann die Impulse und Gedanken auf eure festen Partnerschaften bzw. eure Verbindlichkeiten in Vertragsangelegenheiten. Wenn zum Beispiel jetzt eure Steuererklärung ansteht, eignet sich die Zeit bis zum nächsten Neumond dafür, das zu erledigen. Vielleicht habt ihr auch Lust, gemeinsam mit eurem Partner zu überlegen, welche wichtigen Anschaffungen im neuen Jahr für euch anstehen und wie ihr das finanziell geregelt bekommt. Am 27. Januar geht die Lilith in den Widder und bildet dann für die kommenden neun Monate einen herausfordernden Aspekt zur Krebssonne. Das schauen wir uns in dem Februar-Horoskop näher an. Die schönen Venus-Aspekte in der letzten Januarwoche zeigen, dass eine kleine Auszeit zu zweit, vielleicht eine kurze Reise oder ein gemeinsamer Besuch bei einer kulturellen Veranstaltung oder ein Wellness-Tag unter guten Sternen stehen. Hallo, ihr wunderbaren Löwen und Löwe-Ascendenten. Ihr freut euch wahrscheinlich drauf, nach einem ziemlich arbeitsreichen Dezember jetzt mal etwas mehr Zeit für euch zu haben. Ich weiß aber nicht, ob das was wird, denn das Steinbock-Stellium fällt beim Löwe-Kollektiv ins sechste Haus der Arbeit. Das bedeutet, es gibt weiterhin jede Menge zu tun. Die Juli-Löwen werden aber dank Jupiter Spaß bei der Arbeit haben und auch Unterstützung durch Kollegen und Mitarbeiter finden. Sie stehen gleichzeitig unter dem Einfluss von Uranus, der größere Veränderungen in der Karriere anzeigt, vielleicht auch eine Neuausrichtung. Wenn ihr dazugehört und sich euch im Januar eine berufliche Gelegenheit bietet, dann solltet ihr zugreifen. Wenn ihr in der dritten Dekade geboren seid, seid ihr wahrscheinlich zwischendurch am Stöhnen, denn die Arbeit scheint kein Ende zu nehmen. Das ist der Einfluss von Saturn und Pluto. Für euch scheint jetzt und auch für den Rest des Jahres anzustehen, dass Arbeitsabläufe optimiert werden. Vielleicht nehmt ihr das selbst in Angriff, vielleicht ist es aber auch eine Verordnung von oben. Jedenfalls seid ihr bestrebt, da eine gut durchdachte Lösung zu finden und ihr seht auch, wo dafür überall noch Anpassungen vorgenommen werden müssen. Das ist auch richtig so, denn Entscheidungen, die ihr jetzt trefft, werden lange Einfluss haben. Saturn und Pluto können auch Kollegen anzeigen, die sich stur stellen und auf die Einhaltung von Regeln pochen. Und das ist dann etwas mühsam. Da müsst ihr euch gegebenenfalls zusammenraufen, denn mit diesen Leuten werdet ihr noch längerfristig zu tun haben. Aber die gute Nachricht für alle Löwen ist aktuell, dass der Mars am 3. Januar in den Schützen wandert und euch dann für die nächsten sechs Wochen mit viel Energie und Schwung versorgt, sodass euch die ganze Arbeit tendenziell leichter von der Hand geht. Es sieht auch so aus, als würdet ihr trotz allem Zeit für eure Hobbys finden oder auch für sportlichen Ausgleich. Und das ist auch sehr wichtig, denn eure Gesundheit scheint eine große Rolle zu spielen. Das Zauberwort ist Work-Life-Balance. Ihr müsst euch also eure Zeit gut einteilen und euch nicht in der ganzen Arbeit verbeißen, sondern auch an eure Entspannung und euer Wohlbefinden denken. Das könnte rund um den Vollmond am 10. Januar besonders deutlich zutage treten. In diesen Tagen seid ihr etwas empfindsamer und auch gesundheitlich schneller angegriffen als sonst. Zieht euch doch am Wochenende darauf mal zurück, um ganz persönliche Wohlfühlmomente zu erleben. In der Liebe fängt der Monat gut an, denn die Venus steht noch bis zum 13. Januar bei euch im Partnerhaus. Das ist schön für Geselligkeit und bringt Begegnungen mit netten Leuten. Für Sololöwen sind das schöne Tage zum Flirten. Ab dem 16. geht es direkt weiter mit sozialen Aktivitäten, wenn der Merkur in den Wassermann geht und am 20. wechselt dann auch die Sonne in den Wassermann und dort findet auch der Neumond am 24. Januar statt und das alles in eurem Partnerhaus. Es bietet sich also an, dass ihr die Neumondphase nutzt, um über neue Entwicklungen in euren Partnerschaften nachzudenken. Wenn ihr in der ersten Dekade geboren seid, ändert sich durch den Uranus-Einfluss wahrscheinlich gerade vieles in eurem Leben, dann wäre das Wochenende nach dem Neumond ideal, um mal mit eurem Partner und euren Lieben darüber zu sprechen, wie ihr anstehende Veränderungen gemeinsam in Angriff nehmen wollt. Wenn ihr noch Solo seid, ist das der perfekte Neumond für eine Meditation, wie euer Wunschpartner aussehen sollte. Auch die Geburtstagskinder der zweiten und dritten Dekade können von dieser Erneuerungsenergie profitieren und Zukunftspläne rund um das Thema Partnerschaften machen. Und das schließt auch Geschäftspartner mit ein. Vielleicht gibt es da ja auch noch spannende Leute, mit denen ihr gerne mehr auf die Beine stellen würdet. Hallo, ihr smarten Jungfrauen und Jungfrau-Ascendenten! Der Januar kann für euch zu einem Auftakt für ein sehr produktives und ereignisreiches Jahr werden. Das Steinbock-Stelljungfeld beim Jungfrau-Kollektiv ins fünfte Haus der Lebensfreude und für viele von euch steht es an, Herzensprojekte zu realisieren oder endlich eure wahre Berufung zu finden. Ob das wie von alleine geht oder mit viel Arbeit verbunden ist, hängt ein bisschen davon ab, welchen Planeteneinfluss ihr genau empfangt. Wenn ihr vor dem 12. September Geburtstag habt, überwiegen die angenehmen Einflüsse, die für Leichtigkeit und Begeisterung sprechen. Wenn ihr danach geboren seid, empfangt ihr die Energie der Saturn-Pluto-Konjunktion, die ziemlich mächtig ist, aber den Fokus eher auf die Ernsthaftigkeit eurer Bemühungen legt und vollen Einsatz mit großer Wirkung anzeigt. Ihr werdet euch also fragen, wie wichtig euer Herzensprojekt für euch ist und wie viel Arbeit ihr da reinstecken wollt. Trotzdem sind diese Aspekte insgesamt günstig zur Jungfrau Sonne. Das heißt, ihr werdet auf die eine oder andere Weise viel für euch erreichen und falls ihr noch kein Ziel im Fokus habt, wird es nun Zeit, dass ihr euch eines setzt, auf das ihr eure Kräfte konzentrieren könnt. Ideal ist es natürlich, wenn ihr eure Berufung auch zu eurem Beruf machen könnt. Und ob das realistisch ist, dafür habt ihr gerade im Januar eine gute Einschätzung. Aber auch in eurem ganz normalen Job, in eurer Arbeitsumgebung gibt es nette Impulse in den ersten zehn Tagen. Die Stimmung ist gut und vielleicht habt ihr Lust, euren Arbeitsplatz zu verschönern. Gleichzeitig zeichnen sich einige Aktivitäten rund um euer Heim ab, weil nämlich der Mars in den Schützen geht am 3. Januar und das ist bei euch der Bereich Heim und Familie. Deswegen ist da einiges los, vielleicht auch durch Familienmitgliedern oder miteinander. Das Ganze kann jedoch etwas anstrengend sein. Ideal sind die Aspekte für eine Renovierung, bei der alle mit anpacken. Allerdings kann es dann auch Diskussionen darum geben. Vielleicht habt ihr auch Handwerker im Haus, die ihr managen müsst. Das alles kann euch etwas gereizt machen, vor allem wenn ihr das Gefühl habt, dadurch nicht genug Zeit für die Sachen zu haben, die ihr eigentlich in Angriff nehmen wolltet. Für die Liebe werden die Aspekte ab dem 13. Januar immer spannender, denn dann geht die Venus in euer Partnerhaus, wo sie sich dann mit Neptun trifft. Das ist eine äußerst romantische Konstellation und wenn ihr noch Solo seid, stehen Flirts dann unter guten Sternen. Vom 14. bis zum 25. Januar habt ihr dann durchweg tolle Kennenlernaspekte. Wermutstropfen könnte sein, dass ihr euch in einem vielversprechenden Flirt täuscht, zum Beispiel weil der anderweitig gebunden ist oder ihr habt keine Zeit, euch eine Affäre zu widmen, weil Familienmitglieder euch in Anspruch nehmen. Aber ihr sollt die betreffende Person ja auch nicht gleich heiraten. Jetzt geht es erstmal ums Kennenlernen und dafür sind die Aspekte genial. Auch die Liierten unter euch profitieren von diesen schönen Tendenzen, denn Venus in Verbindung mit Neptun ist eine liebevolle und sanfte Energie, die euch dabei hilft, euren Herz aller Liebsten im allerbesten Licht zu sehen. Jedenfalls bis zum 23. Danach seid ihr öfter mal gereizt, wenn euch die Anforderungen über den Kopf wachsen. Aber Jupiter zeigt, dass eure Lieben im Grunde kein Problem damit haben, euch zu helfen und zu unterstützen. Ihr braucht sie nur darum zu bitten. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann und dort findet auch der Neumond vom 24. Januar statt. Das aktiviert bei euch die Bereiche Job und Gesundheit. Es bietet sich also an, dass ihr den Neumond nutzt, um zum Beispiel über eure Work-Life-Balance nachzudenken oder auch darüber, ob ihr wirklich Freude an eurem Beruf habt und was ihr gegebenenfalls ändern könnt, damit es euch mehr Spaß macht. Wenn bei euch Gesundheitsthemen anstehen, ist es auch ein guter Neumond, um über Wege zur Heilung nachzudenken und zieht dabei auch ruhig moderne Heilmethoden in Betracht. Am 27. Januar wandert die Lilith in den Widder. Danach wird sie die Jungfrausonne erstmal nicht mehr herausfordern. Und mehr dazu dann im Horoskop für den Februar. Hallo, ihr charmanten Vagegeborenen und Vage-Aszendenten. Bei euch fällt das Steinbock-Stelium in den Bereich für Herkunft, Heim und Familie im Horoskop. Saturn und Pluto befinden sich dort ja schon seit mehr als zwei Jahren, aber jetzt kommt auch der Jupiter dazu. Das kann euch in diesen Bereichen Erleichterung, Unterstützung und glückliche Momente bringen. Ich kenne einige Vagegeborene, die in den letzten beiden Jahren einen Umzug, einen Hauskauf, Renovierungen oder Reparaturen durchgeführt haben. Oder es hat sich eine neue Verantwortung für den Nachwuchs oder für die Eltern eingestellt. Das waren häufig anstrengende und intensive Lebensphasen. Doch jetzt merkt ihr langsam, wie euer unermüdlicher Einsatz Früchte trägt. Vielleicht spürt ihr schon den anregenden und angenehmen Einfluss von Jupiter, beispielsweise durch eine Reise über Weihnachten und Neujahr oder durch positive neue Entwicklungen in eurer festen Partnerschaft. Vielleicht auch durch eine gute neue Anschaffung, die euch das Leben erleichtert. Wenn ihr in der dritten Dekade geboren seid, steht ihr jetzt im Januar stärker unter dem Einfluss von Saturn und Pluto. Das ist die Verantwortung für ältere Personen, zum Beispiel eure Eltern oder auch anstrengende Entwicklungen in eurem Heim. Aber auch zu euch wird Jupiter im Laufe des Jahres kommen und für Unterstützung und eine neue Perspektive sorgen. Jetzt im Januar hilft euch in den ersten zwölf Tagen auch die Venus im Wassermann, die sehr günstig zu eurer Sonne steht. Und ab dem dritten auch der Mars, der durch die Schützen geht und euch mit optimistischen Impulsen anregt. Ihr seht gedanklich das Gute, das sich durch euren Einsatz entwickeln kann. Auf jeden Fall ist die Botschaft von Saturn und Pluto für die Wagen, dass sie Entscheidungen nicht hinaus zögern sollten. Wenn ihr euch weiterhin einsetzt und da Verantwortung übernehmt, wo es nötig ist, werdet ihr im Laufe des Jahres feststellen, wie sich alles fügt und erlebt das angenehme Gefühl, das richtig getan zu haben. Der Vollmond am 10. Januar kann euch nochmal nervös machen angesichts der Aufgaben, die vor euch liegen. Vielleicht schenkt er euch aber auch eine Erkenntnis, wie ihr vorgehen könnt, um alles optimal zu regeln. Viele von euch sind auch beruflich stark im Einsatz und auch sehr erfolgreich. Ihr erhaltet wichtige Aufgaben oder Aufträge und trefft einflussreiche Leute, die euch weiterempfehlen. Das kann allerdings zu Spannungen führen, wenn ihr gleichzeitig mit Familie, Heim- und Wohnsituation stark gefordert seid. Ihr müsst einfach mit allen Beteiligten immer wieder über alles reden, die Aufgaben gut verteilen und geduldig nach den realistisch machbaren Lösungen suchen. Ab dem 16. Januar hilft euch dabei der Merkur, der geht dann in den Wassermann und bringt mehr Optimismus in eure Gedanken. Und ab dem 20. Januar geht auch die Sonne in den Wassermann und aktiviert dann für vier Wochen in eurem Horoskop den Bereich der Lebensfreude. Und dort findet dann auch der Neumond am 24. Januar statt. Da bietet es sich an, dass ihr über eure Herzensprojekte nachdenkt und darüber, was euch Lebensfreude bringt und was ihr unbedingt braucht, um in eure Mitte zu kommen und kreativ zu werden. Die meisten Vagegeborenen sind ja künstlerisch begabt und haben eine kreative Seite und die will euch der Neumond bewusst machen. Am 27. Januar passiert noch was sehr Wichtiges. Dann geht die Lilith in den Widder und damit in euer Partnerhaus. Sie wird dann für die kommenden neun Monate euer Sternzeichen herausfordern, oft durch Begegnungen, die euch auffordern, mehr zu euch selbst zu stehen und eure weibliche beziehungsweise instinktive Urkraft besser zu integrieren. Das kann durchaus zu Konflikten führen, da ihr um Charme und Diplomatie bemüht seid, während Lilith für Authentizität und Kompromisslosigkeit steht. Sie trifft sich im Februar und März mit Chiron. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinen nächsten Videos. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Die Phase der Marskraft geht jetzt zu Ende. Der Powerplanet verlässt am 3. Januar euer Zeichen und zieht weiter in den Schützen. Trotzdem wird euch wahrscheinlich so schnell nicht die Puste ausgehen, denn viele Planeten stehen weiterhin günstig und energiereich für euch. Das Steinbock-Stellium fällt beim Skorpion-Kollektiv ins dritte Haus. Ich hatte euch ja schon im Dezember-Horoskop geraten, euch von dem Neumond am 26. inspirieren zu lassen und darüber nachzudenken, für welche wichtigen Aufgaben in der Welt ihr jetzt gebraucht werdet. Vielen Skorpionen kommen nämlich entscheidende Schlüsselrollen zu, vor allem wenn es darum geht, Situationen realistisch einzuschätzen, Trends zu erkennen und die Dinge auf den Punkt zu bringen. Während andere sich den Kopf kratzen und nachdenken, wie sie Probleme lösen sollen, habt ihr schon längst erkannt, was zu tun ist. Für diejenigen von euch, die spirituell oder magisch arbeiten, ist das eine fantastische Konstellation, denn das dritte Haus steht für unsere Kommunikation und mit dem Steinbock-Stellium an dieser Stelle könnt ihr Worte der Macht sprechen und das sind in der Magie die Zaubersprüche. Wenn ihr in der ersten Dekade Geburtstag habt, seid ihr mit Jupiter und Merkur besonders optimistisch und gleichzeitig realistisch, die ideale Mischung, um etwas auf die Beine zu stellen. Wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, steht ihr unter dem Einfluss von Saturn und Pluto, dann sprecht ihr öfter mal ein Machtwort oder weist unverblümt auf Missstände hin oder sprecht unangenehme Wahrheiten aus. Das stößt natürlich nicht immer auf Gegenliebe, aber am Ende werden alle erkennen, dass ihr recht hattet. Vielleicht wäre ein Tipp, dass ihr unangenehme Dinge diplomatisch und höflich ansprecht, um andere nicht vor den Kopf zu stoßen, denn letztlich wollt ihr damit ja was erreichen. In der Liebe ist der ganze Monat spannend, wenn ihr in der ersten Dekade Geburtstag habt und unter dem Einfluss von Uranus steht. Der steht im Partnerhaus und das begünstigt Begegnungen mit aufregenden Leuten, die häufig ganz anders sind als ihr, euch aber faszinieren. Gerade jetzt im Januar wird dieser Aspekt auch noch von Jupiter verstärkt. Das ist wundervoll zum Flirten, aber auch beruflich seid ihr offen für interessante Gespräche mit guten Leuten. Ist auch ein sehr guter Verkaufs- oder Marketingaspekt. Wenn ihr in der zweiten Dekade Geburtstag habt, steht ihr langfristig unter dem Romantikaspekt von Neptun und der wird jetzt im Januar wunderbar aktiviert. Zuerst vom Vollmond am 10. Januar. Der kann euch eine sehr verträumte Stimmung bringen. Und ab dem 13. kommt dann auch noch die Venus in den Fischen dazu, wie eine Zauberfee. Sie bestreut euch mit Feenstaub und ihr wirkt einfach umwerfend auf eure Liebespartner. Auch für die Skorpione in fester Beziehung ist das ein schöner Aspekt für sinnliche Stunden zu zweit oder auch, falls ihr Lust habt, gemeinsam Kunst und Kultur zu genießen. Dafür solltet ihr die zweite Januarhälfte reservieren. Ab dem 16. fließen die kosmischen Energien mehr und mehr in eure Familie und euer Heim. Unruhige Aspekte mit Uranus zeigen dann an, dass es mit den Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, Sachen zu regeln und zu besprechen gibt. Vielleicht geht es darum, wer wie Ordnung hält, denn die Sterne weisen auf ein gewisses Chaos bei euch zu Hause hin. Möglich auch, dass ihr einen Flirt angefangen habt und die Person will euch plötzlich besuchen und nun müsst ihr eilig aufräumen. Auch die Sonne aktiviert ab dem 20. Januar diesen Bereich und da findet auch der Neumond vom 24. statt. Das weist alles darauf hin, dass ihr, aus welchen Gründen auch immer, Lust oder Drang habt, eine neue Ordnung in eurem Heim zu schaffen oder etwas umzuräumen oder euch selbst einen Platz zu schaffen, an dem ihr zum Beispiel ungestört sein könnt, zu meditieren etwa. Es ist auch ein guter Neumond, falls bei euch ein Umzug entsteht. Hallo, ihr schwungvollen Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Von der Power her wird es ein fulminanter Start ins neue Jahr für euch, denn Energieplanet Mars wechselt am 3. Januar in den Schützen und versorgt euch dann für sechs Wochen mit Kraft und Schwung. Gerade wenn ihr im Dezember vorübergehend etwas schlapp wart und den Eindruck hattet, dass euch eure Kräfte verlassen, kehren die jetzt zurück und ihr habt richtig Lust, die ersten Vorsätze fürs neue Jahr auch gleich umzusetzen. Das Steinbock-Stellium fällt bei euch ins zweite Haus des Geldes und des Selbstwerts. Euer Herrscher Jupiter wird dafür sorgen, dass euer Selbstwertgefühl steigt und finanzielle Zuwächse zu erwarten sind, wenn ihr euer Leben und eure Möglichkeiten ganz realistisch einschätzt. Die Position von Saturn und Pluto im Geldhaus zeigt, dass euch finanzielle Sicherheit wichtig ist. Viele Schützen sind ja eigentlich finanziell Freigeister und binden sich nicht gerne ans Materielle. Doch wenn sich dieses Jahr Jupiter und Pluto verbinden, werdet ihr spüren, dass Geld eben auch Macht und Freiheit bedeuten kann, wenn man genug davon hat, um in wichtige Projekte zu investieren oder sich Herzenswünsche zu erfüllen. Ihr werdet 2020 viel über die materielle Grundlage eures Lebens nachdenken und auch daran arbeiten, sie zu verbessern. Ihr könnt den Neumond vom 26. Dezember nutzen, um darüber zu meditieren und auch Anfang Januar gehen eure Gedanken oft in diese Richtung. Der Vollmond am 10. Januar kann euch eine Erkenntnis darüber schenken, was ihr braucht, um euch wertvoll zu fühlen. Spaß, Liebe und Freundschaft kommen aber auch nicht zu kurz. Die Venus steht noch bis zum 13. Januar sehr günstig für euch und ihr kommt leicht mit anderen ins Gespräch, falls ihr einen Flirt sucht. Der Mars macht euch außerdem den ganzen Monat über lustvoll und aktiv. Ab dem 13. wandert die Venus in die Fische und zeigt bis zum Monatsende liebevolle Impulse durch die Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. Vielleicht habt ihr auch Lust, etwas in eurer Wohnung zu verschönern. Für spirituelle Schützen sind das zwei schöne Wochen, falls sie sich zurückziehen und meditieren möchten, denn die Venus trifft sich dann mit dem Neptun. Für die Liebe kann das jedoch heikle Tendenzen anzeigen. In der zweiten Monatshälfte lauft ihr Gefahr, euch in einer Liebessituation zu täuschen, zum Beispiel, weil das Objekt der Begierde schon anderweitig gebunden ist. Vielleicht geht ihr auch zu forsch auf jemanden zu und verschreckt diese Person damit. Achtet darauf, keine Witze auf Kosten anderer zu machen. Am besten gelingen Flirts jetzt mit Widdern, Löwen oder anderen schützen. Wenn ihr glücklich liiert seid, habt ihr den ganzen Monat zauberhafte Tendenzen. Ihr spürt, wie wichtig und wertvoll euch eure Beziehung ist. Das ist die Gelegenheit, eurem Schatz zu zeigen, was er euch bedeutet. Und dafür wäre das Wochenende vom 18. und 19. Januar besonders gut geeignet. Achtet trotzdem auch darauf, euch mit euren Lieben sorgfältig abzusprechen, denn in der zweiten Monatshälfte kann es zu Missverständnissen kommen. Solltet ihr mit eurer häuslichen Situation nicht so glücklich sein, würdet ihr am liebsten flüchten. Dann träumt ihr euch entweder woanders hin oder geht vielleicht auch aktiv auf eine kurze Reise, um Abstand zu gewinnen. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann und bildet dann für vier Wochen günstige Aspekte. Bis zum Monatsende werden bei Meetings viele gute Ideen ausgetauscht. Dabei wäre es aber wichtig, dass ihr die anderen auch zu Wort kommen lasst, denn ihr seid gedanklich sehr schnell und mancher fühlt sich dadurch vielleicht ins Abseits gedrängt. Und achtet auch darauf, dass ihr nicht Ideen und Versprechen in den Raum stellt, die ihr gar nicht einhalten wollt oder könnt. Am 24. Januar ist Neumond im Wassermann. Er steht sehr günstig für euch und als Thema bietet sich an, dass ihr darüber nachdenkt, was ihr in den kommenden vier Wochen bzw. zwölf Monaten Neues lernen wollt. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Januar Geburtstag habt. Das kann euer Jahr werden mit der ganzen Planetenpower im Steinbock. Das ist wie ein kosmischer Scheinwerfer, der jetzt auf euch gerichtet ist. Man hört euch zu und eure Expertise und euer Können stehen hoch im Kurs. Ihr seid das jetzt schon seit zwei Jahren gewöhnt mit Saturn und Pluto in eurem Zeichen. Und das war, glaube ich, für viele auch ziemlich hart. Zumindest harte Arbeit und viel Verantwortung. Aber jetzt kommt halt der Jupiter dazu und der bringt eine neue Perspektive rein. Das Gefühl, dass sich die ganze Plackerei gelohnt hat und außerdem noch das Quäntchen Glück, was man eben auch noch braucht, damit es gut läuft. Egal, ob ihr euch jetzt auf der Zielgeraden befindet oder ein neues Projekt startet, in diesem Jahr könnt ihr einen Meilenstein eures persönlichen Erfolgs und Fortkommens erzielen. Zu Beginn des Monats haben wir hier eine fabelhafte Power-Konstellation mit Jupiter und Uranus. Da können sich ganz plötzlich noch gute Gelegenheiten ergeben, vor allem für die Geborenen der ersten Dekade. Und da müsst ihr hellwach sein und gegebenenfalls zuschlagen. Das können auch Chancen sein, ein Herzensprojekt in Angriff zu nehmen. Auch die Steinböcke der zweiten Dekade bekommen durch die Sonne und den Merkur im Januar viel kosmische Erfolgsenergie. Diejenigen, die wie ich in der dritten Dekade Geburtstag haben, stehen voll unter dem Einfluss von Saturn und Pluto. Wenn ihr zwischen dem 12. und 14. Geburtstag habt, stehen die Planeten genau auf eurer Sonne und beeinflussen euch das ganze Jahr. Ihr lauft wahrscheinlich schon seit längerem einen Erfolgsmarathon. Haltet durch, 2020 sollte für euch ein Jahr großer Erfolge werden. Aber wie gehabt um den Preis harter Arbeit und des vollen Einsatzes. Wenn ihr gesundheitliche Schwachstellen habt, müsst ihr euch dringend drum kümmern, denn wenn Pluto über die Sonne wandert, muss man stark sein, um das aushalten zu können. Deshalb sorgt gut für euch selbst und eure Gesundheit. Die gute Nachricht, Jupiter baut auf und Pluto bringt auch starke Regenerationskräfte. Die Saturn-Pluto-Konjunktion bedeutet außerdem, dass sich für euch Gelegenheiten bieten können, die mit Ruhm und Anerkennung verbunden sind, für die ihr aber eure Prinzipien über den Haufen werfen müsstet. Das solltet ihr euch dann gut überlegen, denn solche Entscheidungen lassen sich hinterher nicht wieder rückgängig machen. Es gäbe noch so viel mehr zu sagen, aber das würde hier den Rahmen des Monatshoroskops sprengen. Deswegen habe ich extra noch ein Video erstellt, nur über die Saturn-Pluto-Konjunktion. Das solltet ihr euch unbedingt auch anschauen. Es heißt Zeichen der Zeitenwende. Und wenn ihr Beratungsbedarf habt, könnt ihr euch ja zum Geburtstag eine Beratung bei mir schenken. Dann schauen wir, wie ihr die Kräfte von Jupiter, Saturn und Pluto für euch zum größtmöglichen Erfolg nutzen könnt. Der Mars geht am 3. Januar für 6 Wochen in den Schützen. Das ist für den Steinbock nicht ganz so günstig im 12. Sonnenhaus. Es kann anzeigen, dass euch Leute hinter eurem Rücken euren Erfolg neiden und intrigieren. Möglich auch, dass ihr euch trotz großer Erfolgsmöglichkeiten schlapp und müde fühlt und mehr Schlaf braucht. Dann solltet ihr dem unbedingt nachgeben. Die Venus steht für euch bis zum 13. Januar für alle finanziellen Angelegenheiten besonders günstig. Der Vollmond am 10. Januar fällt bei euch auf die Beziehungsachse und könnte für schlaflose Nächte sorgen, weil ihr nachts wach liegt und darüber nachdenkt, was dieses Jahr alles Spannendes ansteht. Wenn ihr fest liiert seid, solltet ihr mit eurem Partner unbedingt über alle eure Vorhaben reden, denn ihr braucht die Unterstützung eurer Lieben. Für Solo-Steinböcke kann dieser Vollmond einen vielversprechenden Flirt bringen, denn ihr wirkt faszinierend auf andere. Am 16. Januar zieht der Merkur weiter in den Wassermann und am 20. Januar um 15.55 Uhr geht auch die Sonne in den Wassermann und beides regt euren Geldfluss an. Aber wartet mit finanziellem noch bis nach dem 25. Danach sind die Finanzsterne bis Mitte Februar sehr günstig. Am 24. Januar ist Neumond im Wassermann. Er bringt euch Impulse, um über euren Selbstwert und eure Finanzen nachzudenken und auch wie beides miteinander zusammenhängt und wo ihr finanziell hinwollt. Wichtig für euch ist zu wissen, dass die Lilith am 27. Januar in den Widder geht und dann für neun Monate provozierende Aspekte zu eurem Sternzeichen bildet. Wie weit wollt ihr gehen für den Aufstieg? Würdet ihr eure natürlichen Instinkte verleugnen? Wie ist euer Verhältnis zu Frauen auf dem Weg zum Erfolg? Das und mehr wird euch Lilith dann fragen und sie trifft sich im Februar und März auch gleich mit Chiron. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinen nächsten Videos. Hallo, ihr fabelhaften Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Ihr startet charmant und gut gelaunt ins neue Jahr, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen müde seid von einem anstrengenden Dezember, denn die Venus steht in eurem Zeichen. Das Steinbock-Stellium fällt beim Wassermann-Kollektiv ins zwölfte Haus und Jupiter sendet seine Glücksimpulse nun aus diesem etwas versteckten Ort im Horoskop. Vielleicht fühlt ihr euch manchmal, als würdet ihr von einer geheimen Kraft geführt werden und dieses Gefühl ist wahrscheinlich im Januar besonders ausgeprägt. Spürt doch da mal rein und verbindet euch mit dieser geheimen Kraftquelle, denn die werdet ihr im kommenden Jahr noch öfter anzapfen. Wenn ihr spirituell oder magisch arbeitet, kann es für euch ein ganz tolles Jahr werden, in dem die kosmischen Kräfte für eure Rituale besonders große Kräfte entwickeln. Für euer Berufsleben ist vor allem wichtig, dass Saturn 2020 schon die ersten Schritte in den Wassermann macht, nämlich von Ende März bis Anfang Juli und dann ab Mitte Dezember. Bis dahin habt ihr vielleicht noch öfter das Gefühl, eher hinter den Kulissen im Einsatz zu sein oder bei wichtigen Entscheidungen nicht einbezogen zu werden. Doch das wird sich ändern, wenn Saturn euch mehr Verantwortung und Führungsaufgaben überträgt. Ich würde euch sogar raten, im Januar noch eine ruhige Kugel zu schieben und falls nötig, eure Gesundheit ein bisschen aufzupäppeln. Wobei, ab dem 3. Januar geht der Mars in den Schützen und steht dann günstig für euch. Das bringt Energie. Aber die solltet ihr nicht komplett wieder in den Job hineinpowern, sondern auch nutzen, um ein paar lockere Sachen zu machen. Aktivitäten mit Freunden, was Sportliches, irgendwas, wozu ihr Lust habt und was euch Spaß macht. Für die Liebe sind diese Aspekte übrigens auch gut, vor allem bis zum 13. Januar. Da habt ihr besonders schöne Flirtchancen, falls ihr noch auf der Suche seid. Den Vollmond am 10. Januar könntet ihr wunderbar für ein spirituelles oder magisches Ritual nutzen, wenn das euer Ding ist. Wundert euch nicht, wenn ihr rund um den Vollmond interessante Träume habt, in denen wertvolle Botschaften verborgen sein können. Legt euch ein Notizbuch am Bett bereit, um sie zu notieren. Am 16. Januar geht der Merkur in den Wassermann. Das regt euer positives und zukunftsorientiertes Denken an. Der Merkur aktiviert dann auch gleich den Uranus, der ja in Spannung zu eurem Zeichen steht und zwar in der ersten Dekade eures Zeichens. Wenn ihr also im Januar Geburtstag habt, werdet ihr dann wahrscheinlich von einer Unruhe erfasst und habt jede Menge Ideen, die aber vielleicht auch etwas wirr sein können. Macht nichts, alles aufschreiben, könnt ihr hinterher sortieren. Da ist bestimmt auch was Gutes dabei. Die Januar Wassermänner richten teilweise ihr Leben neu aus und das hat häufig was mit ihrer Wohnsituation oder mit der Familie oder Partnerschaft zu tun. In der zweiten Monatshälfte habt ihr Auslösungen, die solche Veränderungen in Gang bringen können, wenn sie nicht sowieso schon im Gange sind. Zum Beispiel, dass ihr umziehen wollt oder dass eins eurer Kinder jetzt ausziehen will oder etwas ähnliches. Am 20. Januar um 15.55 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen und dann steht ihr für vier Wochen im Mittelpunkt. Am 24. Januar ist der Neumond im Wassermann, der für euch wichtigste im ganzen Jahr. In ihm steckt auch die Energie des Uranus-Transits, deshalb solltet ihr ihn nutzen, um über große und wichtige Veränderungen in eurem Leben nachzudenken. Und das gilt für alle Wassermann-Geborenen, denn wenn nicht schon dieses Jahr, wird euch Uranus in den kommenden fünf Jahren auf jeden Fall besuchen. Das Wochenende vom 25. und 26. eignet sich gut für Geburtstagspartys, wobei möglicherweise der eine oder andere Freund zu tief ins Glas schaut und ihr vielleicht Zeugen einer Eifersuchtszene werdet. Aber dann könnt ihr schon gleich üben, was das ganze Jahr über euer großer Trumpf sein wird. Tröster und Vermittler spielen und den Überblick behalten. Darin seid ihr wirklich gut und eure Freunde werden es euch danken. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Hoffentlich konntet ihr euch über die Feiertage etwas ausruhen, denn im Januar kann es schon wieder ein recht aktiver Monat für euch werden. Der Mars geht am 3. Januar in den Schützen und aktiviert beim Fische-Kollektiv für die nächsten sechs Wochen den Karrierebereich des Horoskops. Ist allerdings eine Spannung zu eurer Sonne. Das heißt, die beruflichen Anforderungen und Chancen steigen, aber es gibt auch Reibungsverluste, wenn ihr nicht mit Chef und Kollegen an einem Strang zieht. Möglich auch, dass ein ungeduldiger Vorgesetzter euch schon gleich zu Jahresbeginn im Nacken sitzt oder dass etwas liegen geblieben ist, das ihr jetzt direkt erledigen müsst. Das Steinbock-Stellium fällt bei euch ins elfte Haus der Freunde und Gleichgesinnten und auch der Business-Kontakte. Jupiter kann zum Beispiel eine Empfehlungswelle für euch in Gang setzen. Leute, für die ihr in der Vergangenheit tolle Arbeit geleistet habt, empfehlen euch begeistert weiter und dann gibt es gleich wieder viel zu tun. Davon profitieren vor allem die Fische der ersten Dekade, die auch den günstigen Uranus-Aspekt empfangen. Aber auch für die zweite Dekade kann der Monat direkt einige interessante neue Aufträge und Aufgaben bringen. Die Tage rund um den Vollmond am 10. Januar sind in dieser Hinsicht besonders ergiebig. Saturn und Pluto wirken dagegen in der dritten Dekade. Das sind langjährige und gut eingespielte Freundschaften oder auch Business-Kontakte, die anspruchsvoll sind und euch angegebene Versprechen erinnern oder auch einfach anspornen, gute Leistung zu bringen. Das Anstrengende kann hierbei sein, dass ihr euch auf jeden dieser Kontakte jeweils voll einstellt. Insgesamt könnt ihr also einen produktiven Januar erwarten. In der Liebe wird es ab dem 13. Januar richtig kuschelig, denn dann wandert die Venus in euer Zeichen und bildet sehr prickelnde Aspekte. Wenn ihr flirten wollt oder auf der Suche seid, könnt ihr in der zweiten Monatshälfte fündig werden. Dabei gilt aber wieder mal meine 90-Tage-Regel, denn bei manchen Flirts weiß man nicht recht, wie viel Substanz dahinter steckt. Am heikelsten sind Affäre mit Leuten, die ihr beruflich kennt oder mit Vorgesetzten. Trotzdem ist das Potenzial da, dass sich aus einem neuen Flirt eine echte Liebe entwickeln kann. Aber schaut es euch halt ein bisschen länger an, bevor ihr euch darin verliert. Besonders die Geburtstagskinder der zweiten Dekade, die unter dem Einfluss von Neptun stehen, neigen zu einer romantischen Überbewertung einer Situation. Ab dem 16. Januar richten sich eure Gedanken zunehmend auch nach innen und ihr braucht Momente der Ruhe, um das, was auf euch einstürmt, zu sortieren. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann und am 24. haben wir dann dort den Neumond. Und das alles spielt sich für das Fische-Kollektiv im 12. Haus der Spiritualität und des Rückzugs ab. Der Neumond wird euch Impulse für eure Spiritualität bringen, durch Träume oder geistige Botschaften. Vielleicht verspürt ihr auch die Lust, euch an dem Wochenende nach dem Neumond mal zurückzuziehen und zu meditieren oder ein Vollmondritual durchzuführen. Weil die Venus gleichzeitig traumhafte Romantikaspekte bildet, könnt ihr euch natürlich auch gemeinsam mit eurem Liebespartner zurückziehen und sinnliche Zeiten zu zweit genießen. Wichtig für euch ist, dass die Lilith am 27. Januar das Zeichen Fische verlässt und in den Widder weiterzieht. Damit geht eine Zeit zu Ende, in der die Lilith euch häufig aufgefordert hat, eure innere instinktive Stärke und Kreativität zu integrieren und zum Ausdruck zu bringen. Das war aber auch nicht immer so einfach, weil Lilith ja so kompromisslos macht und die Fische eigentlich lieber in Frieden und Harmonie mit allen existieren. Insofern kommt jetzt auch wieder ein bisschen mehr Harmonie in euer Privatleben. Jetzt kommt zum Schluss noch mein Serviceteil mit der Verlosung und wichtigen Tipps und Infos. Die Zeitenwende wirft ihre Schatten voraus. Wenn ihr diesbezüglich Beratungsbedarf habt, könnt ihr mich gerne über meine Homepage oder meinen Kundentelefon kontaktieren. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Falls ihr mein Jahrbuch noch nicht habt, könnt ihr es jetzt als E-Book und als gedruckte Version direkt bei Amazon bestellen. Ihr findet darin die ausführlichen Tendenzen für euer Sternzeichen und einen detaillierten Überblick mit den Highlights und den kritischen Phasen des Jahres. Außerdem erfahrt ihr, wann welche Geburtstagskinder wichtige Aspekte empfangen und wann der Merkur rückläufig ist und vieles mehr. Den Link zur Bestellung findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch noch einige Exemplare hier. Auf Wunsch könnt ihr eins davon mit persönlicher Widmung direkt bei mir kaufen. Dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail. Auch meinen neuen wunderschönen farbenprächtigen Wandkalender 2020 mit den Sternzeichenbildern möchte ich euch noch mal ans Herz legen mit der spirituellen Deutung der Zeitqualität für jeden Monat. Ihr könnt ihn über meine Homepage auf der Bücherseite bestellen. Mein nächster Livestream ist am 23. Januar um 21 Uhr und wir machen weiter mit unserer beliebten Reihe Wer passt zu wem? Diesmal zum Steinbock. Außerdem verlose ich in der Sendung wieder eine Live-Beratung und wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch bitte über meine Homepage vorher an. Und hier habe ich noch einen Tipp für euch. Anlässlich der Saturn-Pluto-Konjunktion gibt es am 11. und 12. Januar einen Zukunftskongress in Zürich, Reset Astrology, Auftakt zu einer neuen Ära. Und da wird mein Mann Ray Merriman einen ins Deutsche übersetzten Vortrag mit seinen Prognosen für Wirtschaft und Politik halten. Empfehlen kann ich auch den Zukunftsworkshop von Christoph Niederwieser, an dem werde ich selber teilnehmen. Ich setze euch einen Link dazu unten in die Videobeschreibung und wenn ihr auch kommt, treffen wir uns vielleicht dort. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Ihr könnt mein Buch Geheimnisse der Astrologie mit persönlicher Widmung gewinnen und alles über die Bedeutung des Mondes in den einzelnen Tierkreiszeichen erfahren. Wer gewonnen hat, erfahrt ihr dann in der kosmischen Schwingung vom Februar. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar. Auch Vorschläge und Anregungen sind willkommen und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann verbreitet doch bitte meine Videos in euren Social Media weiter. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch zum Jahreswechsel noch das Mondzyklusvideo Neumond der Zeitenwende und diese Videos sind auch noch wichtig im neuen Jahr und aktuell Saturn, die Kunst zu manifestieren und Chiron im Widder. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und alles Gute mit den Sternen.